Stürb! Du auch! Stürb doch mal! Autsch! Kommt der jetzt noch mehr raus? Ok, wo muss ich mal lang? Achso! Wollen wir noch was machen? Warum müssen wir das machen, bis wir ihn töten? Das ist eine wirklich gute Frage! Wollen wir noch was machen? Hm. Ja, es ist wirklich eine gute Frage, warum wir das nicht erst machen, wenn wir in Sicherheit bringen sind. Und wo laufe ich über Plug? Ich hab gar keine Ahnung. Begib dich zur Fabrik. Ok. Ich schätze, ich muss nach... äh, da! Ja. Komm schon! Komm schon! Das ist doch hier alles gar kein Problem! Komm schon! Komm schon! Ich hab's auf das Freibauern! Hä? Klonen? Was für Klonen?! Ich hab' gar nichts gesehen! Ich hab' gar nichts gesehen! Ich hab' gar nichts gesehen! Äh, hallo! Wie ist's mal ein bisschen auf Abstand, Digga? Auf Abstand sollst du gehen! Mit deinem scheiß Flammenwerfer hier! Mann! Jetzt! Ich bin doch mal weg hier! Wollen wir mal was raus? Nein! Komm schon! Oh no, you can do it! Nein! Komm schon! Der ist gleich Patent, Digga! Au! Jetzt nehme ich erstmal den Flammenwerfer hier mit! Mir gefällt mir nämlich richtig gut und der passt zu mir wesentlich besser, würde ich sagen! Der steht mir doch! Ja, bisschen Flammen für euch alle, Freunde! Nein! Nein! So mache ich das! Was ist denn so? 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 Philippe You want some clothes man? No time No time Man, like I said Last time I'm big naked dude Last time This elevator will take us to the offices Okay Let's take the elevator again Follow me to Philippe's office Seriously man, you know, if you want I can find you like a curtain or something You know The human body is nothing to be ashamed of Unless you have Insecurities I'm good And you would be My name is Oly Kirloff So, what did you do before you were a glorified pincushion? I think it's best for our friendship I never elaborate Just know that the enemy of your enemy is your friend As long as you oppose the syndicate You have nothing to fear from me Works for me Im Renn Ort Detail Clear 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 apostle Das ist ein Express-Elevator zu der Basis, da gibt es keinen Weg zu catchen. Fuck. Das. Okay. Okay. Auf so eine Schnapsidee kann ja auch nur ich kommen. Sich einfach da dran zu hängen und... Oh, fuck! Was soll für das denn? Okay. Ich fliege auch Scheiße wieder. Und weg mit dir auch. BAM! So mag ich das. Ich nehme das. Geld ist nur mal gut. Buggered. We're gonna have to do something about the pink you'd prefer a more manly shade like purple ja lila ist eine sehr männliche farbe yeah Bargeld ja scheiß mal auf den Respekt das ist mir nicht so wichtig Bonus Bargeld für die Übernahme der Morgenstern und Platziers bekommst du 10% Bonus auf das gesamte verdiente Bargeld das mag ich Waffen RC Possessor mit dem RC Possessor kannst du Zivilfahrzeuge fernsteuern er ist jetzt im Waffenlager, dann ist du mit Cs vermutbar Oleg, du findest Oleg im Telefoniemenü deines Handels, er hilft den Saints bei Kämpfen find ich gut so einen Muskelman können wir gut gebrauchen wenn ich Stillwater für den Senat habe ich nie vergessen, dass ich meine Stadt vermutbar mein Mann hat seine Leben gegeben, die Stillwater aus dem Gang violence es ist mein größtes Privilege, ihn mit diesem Brich Wtf Wer sind diese Leute? Oh scheiße! Oh scheiße! Wer ist der Kru? Wer ist der Kru? Sie sind sehr gut. Wer will das? Wer will die Kru? Der Syndicate Seteck. Was er gemacht hat für Johnny? Das ist über den fucking Limit. Er ist nicht interessiert über Regeln des Engagement. Nun, Regeln? Ich kann damit arbeiten. Du bist nicht bereit für die Syndicate. Wir sehen uns. Let's relax, Shawny. Okay, big man, was hast du? Es gibt andere, die die Syndicate so viel wie du. Ich werde dich an ihnen nehmen. Kannst du das glauben? Du bist auf meinem Bruch! Nein, 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 ich werde nicht runterkommen. Ich gehe zurück auf die Hälfte. Böge eine Emergency-Session. Verdammt, das ist Krieg! Ja, ich befürchte, die Alte würde uns noch Probleme machen. Darauf habe ich nicht so Bock. Ich habe eine Frau namens Kinsey Kensington. Die Dekker ist auf dem Berg. Was ist ihr Ziel? Olic sagt, sie war mit der FBI. Ist das ein Kind von Schock? Nicht stressen, sie wurde ausgerufen. So, wir bekommen eine blöde Frau. Oh, nicht zuhören, weil wir eine neue Frau bekommen haben. Sind Sie wirklich? Ich bin nicht sagen, ich bin nur sagen. Ich bin nicht jealous. Wer ist das jealous? Das ist alles auf dich, Frau? Oh mein Gott. Du kannst mich auf den Robo erzählen, über Kinsey. Olic gab mir die Details. Aber er macht es so, wie Kinsey war die Syndicate, so die Dekker sette sie auf für eine Fall. Ich hoffe, sie ist wertvoll. Nur eine Möglichkeit zu finden. Wir müssen auf dem Berg. Äh, ja. So, wo sind die anderen jetzt? Kommen die auch noch? Oder eher nicht so? Achso, die sind schon da. Jo, jetzt können wir endlich mal die Stadt hier vom Wasser aus betrachten. So mag ich das gerne. Schiff? Ja, klar. Ganz ehrlich? Ja, ganz ehrlich! Yeeeha! Okay, caus mal die Ohm. Äthaca! Und äthaca! Und äthaca! kommt schon und wird auch er bleibt trotzdem auf mich weil er auf mich da sind das für penner wenn ich dich schon mal fertig da gebe ich den perlern schon eine chance Ihr Leben in den Griff zu kriegen Auf die gute Seite zu kommen Aber nein Schon okay Kein Problem Dann werdet euch euch alle töten Hm Hm